Stefan Ebelke, Ebelke exzellent anrichten und heute gehe ich mal ein bisschen auf die Individualität und Flexibilität ein. Wir lieben es Küchen zu gestalten, die eine besondere Funktion haben und dadurch das Leben in der Küche erleichtern und auch noch zusätzliche Elemente möglich machen, beispielsweise ein Hobby oder wie auch immer. In dieser Küche haben wir gezeigt, dass es relativ einfach möglich ist aus einer Zweitplatzsituation, also wir haben einen Tresenüberhang hier an dieser Stelle und dieser Tresenüberhang ist in Verbindung mit einem Schwenktisch ausgebildet. Das ist eine Eigenentwicklung, gibt es so nicht noch einmal und ich führe es mal kurz vor. Dieser Tisch ist drehbar, ich kann diesen Tisch an der Stelle jetzt komplett unter den Überhang schwenken. Und somit habe ich eine Zweitplatzsituation. Habe ich die Situation, dass ich dann Gäste erwarte oder man gemeinsam kommt, einen harmonischen Abend verbringt, dann gehe ich her und sage, ich schwenke diesen Tisch komplett einmal auf. Neun Platz. Ich habe eine Achtplatzsituation, muss natürlich die räumliche Gegebenheit für diese Größe haben, aber auch denkbar wäre ein komplett freistehender Tisch, der komplett unterfahrbar ist, ausziehbar ist, nach vorne, rechts und links. Alles ist möglich. Wir haben schon die tollsten Varianten mit unseren Kunden gemeinsam entwickelt und ja, das zeigt unsere Kreativität und unsere Lösung.